Gut, gut, geht weg jetzt. Ich hab euch schon mal gepötet, das zählt. Und, was für ein Gegner? Hier war doch ein Gegner. So, gleich kam erst der, der, denke ich, das war es, der Zerberus war es hier nochmal. Was kommt statt Zerberus? Ja. Ach, ach, sieh mal an, Madame. So weit hast du es also geschafft. Im Namen deines Vaters, unterlass diese Narrerei. Nicht solange noch ein Atemzug in meinem Körper steckt. Dann werde ich für den Meister mich heute Nacht an deiner Seele lahmen. Mach, mach, trau dich. Komm her, Pussy. Komm, Pussyboy. Du kannst nichts. Komm her, trau dich, mach was. Du bist wahrlich stark, aber jetzt wirst du sterben. Werde ich das? Ich glaub's irgendwie nicht. Tut mir leid. Schau mal. Schau mal, guck mal. Komm mal, guck mal, guck mal, guck mal. Was ich kann. Nee, das wollte ich nicht. Scheiße. Also egal, friss das auch. Komm, nimm's schon. Boom. Dicke, fette Feuerbälle. Oh, wow. Ich bin auch stehen geblieben und hab dich treffen lassen. Ich wollt Soulsteal. Ich weiß nicht. Jetzt sitze ich am Gamepad. Jetzt mach ich alle möglichen Zauber. Alle Nase lang. Alles außer Soulsteal. Das mach ich falsch. Ja, geh weg. Ich will Soulsteal machen. Lass mich mal. Jetzt mach ich schon wieder die scheiß Feuerbälle. Das gibt's doch nicht. Boom. Oh, sie treffen nicht mal. Soulsteal. Ja, genau das hab ich gemeint. Genau das hab ich gedollt. Oh, schon weg. Du Pussy, du. Mir alles klauen, aber dann so ein Schwachstecker sein, ey. Das ist ne Sauerei. Das Auge von Vlad. Wir haben ein Vlad-Teil bekommen. Mal wieder. Das war ja lang genug her. Das Auge von Vlad. Glück plus 10. Wir haben alle 5 Vlad-Teile zusammen. Und wenn ihr's wissen wollt, die würden's uns jetzt schon erlauben, zum Endpost zu gehen. Aber wollen wir das? Wollen wir das? Natürlich nicht. Ne, hier ist das mit dem Schalter. Das hab ich eben gelabert. Junge, komm her. Mach auf. Komm schon, komm, 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 komm. I'm ready to serve, Master. Oh, ich bin bereit, euch zu dienen, Meister. Dann mach's. Dann. Ciao. Guck, guck, guck. Mach auf. Komm, 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 komm. Mach schon. Hallo, Penner? Ach, jetzt ruhig. Hm. This switch hasn't been pressed yet. Dieser Schalter wurde noch nicht... Kann's übrigens wieder gehen. Kannabell dich. Penner. So. Noch mehr Slagras, oder? Nee, Flohgras. Scheiße, Entschuldigung. Okay, wir beeilen uns mal hier durch. Beeilen uns mal. Das kommt nicht, wenn man ihn über den Kopf fliegt. Und mehr Geibons, sag ich doch. Geibons, ja. So, hier hoch. Ach, Mist, ich hab mich verdrückt. Aber so geht's auch. Gut, was haben wir jetzt hier? Geibons, geh. Geh hinfort, ich bin bildig. Ähm, warum bin ich hier? Ah, das halt. Für grüner Tee. Ein Bild. Power of Salt. Und ein Lebensapfel. Hä? Alles ganz cool, würde ich sagen. Eh. Das Licht war gerade verbacken. So. Gehen wir wieder. Quietsch, quietsch. Diesmal tust den Kopf durch. Komm, komm. Boom. Gut. Gehen wir weiter nach oben. Schrägstrich unten. Schrägstrich Kreuz bitte zurücknehmen. Schrägstrich Fledermäuse. Nein. Das ist halt hier. Wechsel. Krieg, krieg, krieg. Scheiße, ich hab's gelohnt. Oh, bin ich so geändert. Ja, der Raum ist voll von Fledermäusen befreit gewesen. Eben auf dem Level. Hä, hä. Wenn's was nützt. Nee, behalte ich. Oh, Mann. So, links, rechts, links, rechts. Ja, lass mich schon. Scheiß Kraut. So. So geht's schneller. Was haben wir hier? Die Gremlins nochmal, oder? Die Wigstiecher. Das Alukard-Schwert. Unser altes Schwert. Geil. Wie ist es? Wie ist es? Wie ist mein altes Schwert? Fuck. Es ist schlechter. Es ist viel schlechter. So ein Shit. Schade. Wir haben's immerhin wieder. Wir haben unser altes Schwert vom Anfang wiedergefunden. Nur jetzt wollen wir's nicht mehr. Immerhin schließt sich der Kreis und wir sehen mal, wie mächtig wir jetzt sind und schon früher waren. Wo geht's denn jetzt? Ist doch was. Wo geht's hier jetzt hin? Ah, hier ist ein Warbraum, oder? Ja, da war doch was. Genau, der Schlangenraum. Gut. Aufgedeckt. Mehr wollte ich nicht. Ich kann irgendwie mal wirklich ein paar Herzen wiederbekommen. Kick. Kick. Und hoch. Hoch. Nein. Ist gut, ist gut, ist gut. Ich mach's schon selbst. Kick. Ein Pilz. Ein Pilz. Noch höher sollst du. Ja, flieg ich halt. Ist auch gut. Noch ein Pilz. Wie viele Pilze hab ich inzwischen? 700? Hier lang. Hier lang. Eher lang. Super. So, noch eine Tür. Hier ging's dann in die Hölle doch, oder? Stimmt, da drüben bin ich jetzt, glaub ich, am Speicherpunkt vorbei. Kann das sein? Ich glaub's ja. Naja. Die Untergrundruinen, irgendwie sowas. Hoppa. Ja, ich bin grad Diagonal geschwungen. Das geht. Hehe. So nebenbei mal drüben da. Oh, tolle Hexen. Oh, die sehen aber... Oh. Oh. Die sehen lecker aus, die Mädels. Joa, hast du super gemacht. Bin ganz, ganz stolz auf dich. Au. Au. Seh ich das richtig? Oh, eine Mietekatte. Sie macht Mietekatte. Ist das knuffig? Aber nervt mich jetzt schon etwas. Alles klar. Du darfst leben bleiben. Ich bin gütig. Hoho. Hier waren die Schleime. Wenn ich mich erinnere. Oh Gott, wie viel Fledermäusch. Ja, gut. Herzen. Musik ist schon wieder ganz dramatisch. Aua. 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 Nein. Nicht, 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 nicht. Oh, dramatische Museen. Herzen, 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 Herzen. Was ist das? Geister und Hexen und Hexen. Geisterhexen und Hexengeister. Nein. vorbei. Gefrorene Hälfte heißt sie einfach. Wieso heißt sie Hälfte? Ah, das Gebiet hier kennen wir doch. Archie. Wenn man nicht zu doof ist, kommt man doch durch ohne Spike Breaker. Wenn man nicht zu doof ist. So. Oh, fast wäre ich wieder zu doof gewesen. Gesehen? Diesmal ist es sogar hell. Geht doch noch. Und was haben wir hier? Oh, da. Gelbe Blutskelette. Statt rot. Oh, die gelben stehen aber sehr viel schneller auf als die roten da. Das wird vielleicht der Unterschied. Ja, Miete. Geld, aber. Ja, Miete, Miete, Miete. Ich will mein Kreuz behalten. Hi, Miete, Miete. Hier haben wir ganz viele Sachen. Karma, Karma, Karma. Und Rö. Resist Blau. Und Resist Blau. Und Resist Blau. Und Resist Blau. Und Bla Blau. Und Skelette. Und Skelette. Und Skelette. Und noch viel mehr Skelette. Ich kenn den Raum. Ich kenn den Raum. Ich mag den Raum. Wisst ihr wofür? Moment, ich geh mal grad wo hin. Und zwar hier rüber. So, und dann. Okay, da war was. Und, hops. Und. Ist das schön? Ja, das ist schön. Finde ich auch toll. Es macht ja noch mehr Spaß als der Raum davor mal. Weil ich das so toll gemacht hab. Was gab's jetzt hier? Also gut, das hier gab ist... ...die Spike Breaker. Und jetzt gibt's ein Elixier. Das ist ja... ...die Bücherei-Card. Das hat er ja ernst genommen. Boah, ihr Pumme, ihr Miesen. Gut. Und wieder zurück. Njum. Hopp, 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 hopp. Ich hab mich drauf verwandelt. Oh, mein Mann ist leer. Schlecht. Tja, da muss ich so durch. Hoppa, hoppa, hoppa. Au. Hoppa, hoppa. Hopp. 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 Oh, Geld. Nehmen wir das nicht. Gibt die Jungs hier überhaupt Erfahrung? 1701. Komms. 1701. Nö, wär auch zu schön gewesen. Wär auch wirklich viel zu schön gewesen. Wär echt unfair gewesen. Ganz ehrlich. Was soll's. Was soll's. Ich bin schneller als du, Mietz. Geh weg. Oh, doofen Kuh. Geil, aber doof. Oh, ne Kuh. Und Spike Breaker wieder zurück. Also ohne Spike Breaker wieder zurück. Ja, und hoppa. Sehr schön, das hätten wir. Ich hab wenig Leben, ich seh's. Ich hab mich zu oft hinreißen lassen, oder eher zerreißen lassen. Was war jetzt überhaupt hier? Stimmt, da drüben noch das Eck. Ja, und zwar auf den schnellen Weg, denn hier gibt's nix. Uh, 250. Oh nein, es hat mich eingefroren. Einen Schaden gemacht. Och, au. Ist da was geht? Hi. 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 Ähm. Ähm. Äh. Mädels. Ganz, ganz unfohl. Ganz, ganz schütz unfohl, Mädels. Echt jetzt. Wah, hör auf. Ich möchte dann bitte gehen. Die Rechnung geht bitte dann. Gott, tschüss.